Nice. Verlassen wir liegen dann. Eine Stunde. Wie immer. Was gibt es hier unten noch? Eine Kiste. Auf der anderen Seite eine Liftbank statuiert. Der Bambus-Klamm. Ja. Ja. He dead. Installation on point. Gut, dass da hinten noch zwei sind. Oder drei. Nein. Ich geh mir die Liftbank-Statue hier erstmal dazu hin. Zack, zack. Oh, ich glaub da hinten ist ein Dungeon. Ähm. Ja, Sir. Das könnte sein, dass da hinten hier ist. Ich weiß nicht, ob der Musketa immer draufhauen. Jawohl. Perfekt. Okay, das sind so 60%. Mit denen ich das Ding fange. Okay. Ist in Ord... Ist... Ist okay. Ist... Ist völlig okay. Ich bin nicht sicher, ob das hier ein Dungeon ist. Äh. Irgendwie manchmal krieg ich den... Das Schuss... Äh... Die Schussanimation. Aber es kommt kein Schuss raus. So. So. 15%. Hat ja eben geklappt, ne. Hit. Ist okay, ich bin... Ist okay, ich bin... Ist... Ist alles okay. Alles okay. Ich mag dich auch. Ich mag dich auch. Hm. Ja, ja. Hallo. So, was... Was ist das hier jetzt? Warum sehe ich nichts? Ah, jetzt. Schön, langer, sehr... ...haariger Gang. Da muss ja mindestens ne... ...ne Truhe am Ende warten. Alli, hallo, hallöchen. Ein Prancheri Aqua. Ähm... He big boi. 50. Geht. Wir sind auch Level 30. Moment. Hm. Bereit? Da meldet sich... Da meldet sich das Wünsche... Okay. Dann go. Let's go. Mein... Loop Moon wird fast, äh... Okay, wenn ich nicht daneben schießen würde, wäre das wahrscheinlich was. Hast du noch gefordert? Gerade einfach durch ne Wand durch? Ähm... Wo ist das wollen? Okay, Chillit hab ich da. Naja. Dein Chillit und mein Chillit sind da. Nicht einfach nicht. Danke. Dann bugt dich doch noch mehr rum. Das ist halt wirklich... Das ist doch kacke. Ich will doch auf Kopf zählen. Durch die Wände durch Bugs. Das ist mega passiert. Okay, der macht ziemlich damage. Okay, perfekt. Wenn der halt so eingefroren ist, dann ist das gut. Ja, sehr schön. Au. Au. Äh... Ich glaub du musst deinen QT zurückrufen. Oh. Dead. Oh no. Fucking hell. Okay. Ist eigentlich noch ganz okay. Oh, also... Hallo. Jetzt auch bitte nach. Okay, jetzt gleich würde ich den mal versuchen zu fangen. Okay, okay. Ich hab meinen zurückgeholt. Ich schieße noch einmal so drauf. Ich schieße noch einmal... Vielleicht noch einmal... Mit ein bisschen... Fingerspitzengefühle. Aka, die... Okay. 13, 14 Prozent. Oh! Ah, nee. Nee. Ein bisschen weiter runter können wir einen bringen, ne? Okay. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab noch einmal schießen. Okay, jetzt am besten... Okay. 14 Prozent. Ich glaub besser wird's nicht. Ich muss jetzt einfach... Ich muss jetzt einfach probieren. Und schon. Ja. Und schon. Und schon. Dies. Ich hab noch eine Gigasphäre. Ja. Ah, fuck. Nee, Mann. Beim zweiten Mal. 15 Prozent. Ja, auch nix. Okay. Ja, ja, gut. Das darf ich nix. Ja. 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 Ich hab's. Einfach mit ner grün. Fünf Prozent. Uh. 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 Ich weiß nicht. Mit der gelben nur drei Prozent. Ah. Was? Du hast mit der gelben nur drei Prozent? Ja. Hä? Wie... Hä? Wie hast du denn das hinbekommen? Untalentiert. Nee. Hast du deine Lichtmunkstatuetten abgegeben? Ja. Hab ich mal gemacht. Dann... Guck mal nochmal, weil... Äh... Also, ich hatte jetzt hier... Also, ich hatte mit dem... 15 Prozent mit dem gelben. Eine drei. Ich hatte 15. Okay, also, aber für die Level 30er würde ich fast schon sagen, brauchen wir die Terrasphären. Ja. Denke ich auf jeden Fall. Dann sind die doch ganz toll. Ja. Mal nachladen. So. Okay, ich war zu gut weg. Bist du ungeschädigt? Nice. Geh doch nicht deinen Kopf weg. Okay. Ich das hasse, wenn die über den Kopf drehen. Ja, und dann treter sind genau rein, oder was? Was ist das? So. Komm schon. Ja. Nice. Vier Stück schon. Ich mag. Ich mag. Ich mag. Ich fand echt, wie du einfach so ein Level 31 sein kannst. Das ist so heftig. Wahrscheinlich hast du später die Hälfte, ne? Ein Viertel. Ein Viertel. Ein Viertel. Ein Viertel. Ein Viertel. Ein Viertel. Geh doch nicht raus. Bleib doch drin. Bleiben sie drin. Ja. Ja, perfekt. Nein. Fünf Stück. Den hab ich jetzt eigentlich schon. Ah. Geht schon? Ja. Nee, 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 nee. Bleiben sich doch bitte drin. Jetzt aber. 60 Prozent. Ist das dein Ernst? Danke. Ist das ein Alpaka? Das wagt auch so ein bisschen rum. Ja. Ja, also heute muss ich sagen, das ist wirklich so ein bisschen... Okay. Wir haben die Pals, die Bäume, die Dagen. Ach, würde ich. Oh, scheiße. Gimmey! Nice. Okay. Einmal zur Farm. Gucken, ob ich da wieder Sachen abgeben kann. Einmal 66. Und dann noch einmal 66. Woll. Perfekt. Doch hier haben wir auch noch nicht halbaren drin. Schnell rein sehen. Sehr schön. Könnten wir uns wieder... ein paar... Megasphären machen. Wir haben wieder ein wenig was. Wollen wir erst mal meinen Helm reparieren. Muss ich irgendwas reparieren? Ja, ich kann auch ein bisschen wieder was... Kein... Kein... Palium. Kein Palium. Gut, nachgeladen ist... Palium, Palium. Das soll reparieren. Das soll reparieren. Die da reparieren. Und die da reparieren. Und die da reparieren. Und die da reparieren. Sehr schön. Rest in die Kiste. Ah, ich hab noch ein Tickets gebaut. Noch in die Kiste. Wo ist mein... Oh, warum? Fehlt noch eine Liftwunk-Statue hätte. Ach... Bilder von... Enden mal. Eine einzige für... Was zu machen? Für wie viel... Wie viele brauchst du? Für vier. Vier? Hm. Äh... Achso, für Level 4. Okay, ich dachte, du brauchst nur noch... Äh, du... Du brauchst... Okay. Okay. Also, ich bin auch Level 3. Deswegen... Dir fehlt nur noch eine. Ne, noch vier. Was ist das denn? Mir fehlen auch noch vier. Schatz. Ähm... Hallo? Lavender? Hallo? Ähm... Ich hab doch keine Sphären mehr. Du, äh... Playboy, yes. Oh, fucking hell. Ähm... Ich hab doch, äh... Wirklich... Keine... Äh... Und so, ne? Äh... Das Dauer ist jetzt... Warte... Können wir... Können wir bitte all unsere... Haben wir die... Äh... Ich hab Glocke angemacht. Perfekt. Ja, 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 ja. Oh, die hell. Das Spiel wird schwerer. Ich glaub, wir bauen uns hier eine Rüstung. Oder irgendwas tun. Ähm... Das ist gerade uncool. Kann ich davon irgendwas... Zum Beispiel fangen? Ja, nice. Nice, eins hab ich schon mal gefangen. Okay. Komm schon. Ja. Ne. Nochmal. Kommen Sie! Komm. Komm, 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 komm. Nein. Oh, ich hab keine... Nein. Oh, 3% Chance. Okay, ne. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, vielleicht... Boot. Habel auf dem Boden, ne? Ja. Äh... Da ist auch... Hier, warte. Boot, warte. 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 Sind sie... Sind sie in die Luft geschlagen? Ne. Die laufen weg. Laufen die weg? Mhm, die laufen weg. Die beiden sind es noch. Pauly. Ja, mein Chilid musste jetzt leider so ein bisschen... ...panglorinonen. Ist nicht schnell genug... Das ist ziemlich auseinandergenommen. Ist nicht schnell genug reagiert hab. Zehn Minuten. Oh! Sieht so aus, als würden... ...bauen wir Festungswelle und brauchen... ...brauchen Stein. Stimmt. Ich hatte ja... 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 ... vielleicht noch was anderes. Das doch. Ja. Das doch. Ha! Ha! Jetzt mal gucken. Was kann denn das eigentlich nicht so? Also... Aussahn 2, Holzfernen 2, Bergbau 2. Ah, okay. Ich muss nur gucken. Das Problem ist dadurch, dass wir alles hier so... ...nah an die Wand gebaut haben... ...krieg ich gar keine Schutzwand drum. Ähm... Ja, aber nicht dann... ...anbauen. Sag sie Bescheid. Und dann... Wieso? Die kannst du ja hier oben bauen, oder? Ums Haus, meinst du jetzt? Ja gut, ums Haus kriegst du halt keiner runter, aber das Haus ist ja eigentlich auch... ...unten von der Klippe her geschützt, ne? Da kommen die ja sowieso nicht hoch. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Und hier kannst du ja... ...hier kannst du ja dran vorbei bauen. Theoretisch. Weißt du halt... Also ich glaub nicht, dass sie die Klippe runter fallen können. Was denn? Das ist ein Tor. Das ist ein großes Tor. Das ist ein großes Tor. Wie lange dauert das? Ja, so machen wir aber bitte. Das ist ein großes Tor. Das ist ein großes Tor, ja. Das ist ein großes Tor, ja. Oh krass, doch Angenehme Größe Ja gut, jetzt müssen wir natürlich noch hier nach links wahrscheinlich ausbauen Nach rechts glaube ich auch noch einmal sowas dransetzen Ja, kann gut sein Ich gehe mal hin und gebe noch ein paar Megasphären in Auftrag Sagen wir mal so 50, dann hat jeder 25 Dann setzt man den da dran Okay Ich glaube ich muss Der hat verwässern 3, das ist alles was er hat Das ist natürlich mies Ach guck mal, Lawenda Ähm Nicht nur von euch hier rausnehmen So, wer ist denn Wer ist denn hier Wer trägt denn nicht ganz so viel bei Und du trägst doch hier jetzt nicht ganz so viel bei Dafür kann ich doch Sieht zwar jetzt nicht so schön aus, aber Gucken ob es klappt Dafür nehme ich doch dann die mal hier mit rein Die gute Lawenda hat auch die 69 Die kann Torte droppen Eine Torte bekommen Ich habe eine Torte bekommen Und ich dachte nur, du magst sie wegen ihrem Aussehen Ähm Ähm Die Torte ist weg Die Torte ist gone Ah ne, warte Okay, die ist jetzt wahrscheinlich hier reingesetzt worden Einfach Ah ne, jetzt bist du wieder da Irgendwie hat gerade gespannt Ich habe die Torte hier reingesetzt Und dann war die irgendwie nicht da Ähm Hat eine hoch Ist die Schutzwand jetzt hoch genug Oha Äh Jo Also ich glaube Da werden die erstmal Da werden die erstmal nicht durchkommen Das ist wohl wahr So, dann machen wir doch mal hier noch so nah So eine Facke hin Zur Beleuchtung So, ich fahre jetzt hier männlich und weiblich Du bist männlich Du bist männlich Du bist männlich Habe ich hier nur männliche oder was? Du bist männlich Du bist männlich Ich habe nur männliche Boss-Mops Ja, halt Einsteigung Passwort Ne, aber so wirklich was machen gegen Feinde kann ich nicht, ne? Ah ne, ich habe hier Okay, das chillet ist weiblich So, was essen wir nicht die beiden dann in so'n Oh, ich baue jetzt eine luxuriöse heiße Quenne Äh, ich will Warte, ich weiß nicht, wie soll das funktionieren Okay Machen wir hier Nummer 1 Kann ich die hier zur Paarung aussetzen? Oh, der Romantik Hallo 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 Ich wollte gerade was bauen Was machst du? Ich will gucken, wie ich die Wie ich die In das Zuchtdingen da rein bekomme Ich habe einen Kuchen Wenn du das erst repariert werden musst Ne, oder? Kann ja nicht sein, dass das erst repariert werden muss Okay, keine Ahnung, wie das hier funktioniert Oder kann ich dich hier einfach Kann ich dich hier, so Weisungen zur Zuchtfarm fähig schlagen Dieser Paar eignet sich nicht für Kühlung Was? Wie, für Kühlung Hä? Vielleicht sind die nicht kompatibel Warte mal Notizen wird mir nix bringen Gilde Optionen Survival Guide Partnerfähigkeit Nee Paar-Eier Nee Zuchtfarm Zuchtfarm Schicke ein Männchen Und ein Weibchen Auf der Zuchtfarm Kredenzte den beiden Eine motivierende Torte Und vielleicht Sobald ein paar Einige spezielle Kombinationen Verbehalten Können besondere Eier hervorbringen Okay Erstmal Adbreak Ich habe nicht genügend Material Obwohl er mir anzeigt Dass ich genügend Material habe Ich kann es dir nur sagen I'm sorry Das mit der Zuchtfarm ist aber auch Also Will ich jetzt echt gucken Wie man das vielleicht hinbekommt Das wäre schön Das wäre sehr schön Das wäre schön ... ... Ich bin echt gespannt, was man wirklich für Eier und was für Pals man nur durch Züchtung bekommen kann. Also eigentlich müssten das Sachen sein, die OP sind. Würde ich mal von rufen. Ja. Ist aber die Frage, wie kriege ich da hin? Los, schlachte den Ball. Nein, wir lachen nur hier keine Pals. Ich will Pals miteinander verkuppeln hier. Die sollen bimsen, sollen die. Mann. Ich weiß aber nicht wie. Ah, warte. Ist das da jetzt? Ist das da jetzt? Ich mache, wenn das funktioniert, hier steht Reparatur-Set, das ist kaputt. Ja, aber ich glaube nicht, dass das... Ja, ich glaube auch nicht hier. Lass mich reparieren, oder? Das ist ein Reparatur-Set. Warte mal. Wo geht denn das hier? Greifen. Ja, das habe ich auch schon versucht. Ich habe einen gegriffen, da reingebaut und hat nichts gebracht. So, wenn ich den hier jetzt hole. Dann liegt es garantiert an dem Reparatur-Set, komm mal her. Ich greife den. Wenn das Bett kaputt ist, wünsche ich dir auch nicht. Dem Pals diese Arbeit zuweisen. Moment. So, versuch nochmal. Ist der jetzt drin? Jetzt ist ein weiblicher Pals drin. Okay, gut. Also das hat da so funktioniert. Was bist du jetzt? So ein Männchen? So ein Männchen, oder bist du ein Weibchen? Ach, der... Achso, das ist meins. Heh. Alright. Das ist mein... Äh, was brauchen wir hier? Foxparks. Komm. Ja. Ich würde jetzt eine weirde Kombination, aber... Let's go. Komm schon. Sehr schön. Bisschen bimsi bimsi bimsi. Hallo. Okay, hier holt einer fleißig immer die Sachen ab. Sehr cool. Sehr cool. Hier haben wir auch noch mit. Ich mach uns mal... Ich mach uns mal Terras für Jan. So vier für jeden. Hallo. Danke. Pannenkuche. 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 Legen wir denen mal Pannenkuche rein. Rein dafür. Kommen sie mal her. Warte mal. Hier haben sie noch 25 von denen. Ich hab ja noch mal 25 gemacht. Okay. Dann geh ich mal... Dann geh ich mal nochmal gucken hier. Ähm. Erstmal wieder in das andere Lager. Die haben bestimmt schönes Zeug gemacht. Woll. Sehr schön. Ja. Wie geht's? Wie geht's? Ja. Wie geht's? Mit dem Stein not so much. Aber... Das lässt sich... Das lässt sich vielleicht alles noch. Wie sind schneller arbeiten, müssten sie noch. Dann kann ich wieder nur Bären. Ich bin halt richtig viel... Oh, die sind einen da fertig. Kann jetzt nicht sein, ey. Danke. Wenn ich mir wieder ein neues Rezept reinmachen kann. Gut. Ich halte wieder rein. Oh, wie nur nicht rauskommt das Kingpacker. Let's go. Warum sollte ich das brauchen? Schnell reisen. Noch mal in diese Region. Ich hab... Olli? Olli Pup brauche ich auch, ne? Ähm... Was ist denn das überhaupt? Und... Da brauche ich noch zwei Stück davon. Und das doch noch so zwei rumlaufen. Bleiben sie stehen! Ja, ich kann mir die ganzen Kleinen hier jetzt noch verbrauchen. Okay, keiner mehr. Bleibt aber auch bitte drin. Wenn beim ersten Mal wackelt, wacke ich auch beim zweiten Mal. Mann. Stay in it. Oh. Ja. Danke. Mal festgestellt. Was ist unser Paldex auch kaputt? Den muss ich auch mal gerade reparieren. Was ist unser Paldex? Paldex. So. Katze. Paldex kaputt wäre... Das wäre ein bisschen... Das wäre ein bisschen tragischer. Nee, ist nur Freitagabend. Da ist mein Kopf immer so... ...gewandt. Verständlich. Verständlich. Eine ganze Woche Arbeit... ...die ist halt auch anstrengend. ...wollen ins Gesicht. Noch mal ins Gesicht. Ich bin da. ...wolle ich gerade runtergehen... ...und etwas zu trinken wollen. Okay. Ich bin bald wieder da. Jawohl. ...wolle ich... ...wolle ich... ...wolle ich... ...wolle ich hier so ein paar Bonus-Dinger machen. ...und... Level 31. Einfach mehr Gewicht. Denn was braucht man denn auch anders? So. Schön skillen. Skeletti. Ah, ich kann hier noch den... ...die Sattel hier freu schalten. Den Mamorest-Sattel. ...die Splitter-Granate. Steintor. Ich bin eh schon geskillt. Von denen hier... ...komme ich auch noch ein paar. Okay. Super. Ja. Komm schon. Nice. Ich glaube, ich brauche ein paar. Nice. Äh, ja. Gut. Ein paar ist sogar genau richtig, weil... ...sind noch zwei. Schön. Einmal. Einmal zu viel. Einmal zu viel. Okay. Ach, der... ...ist sogar schon wieder gespawnt. Okay. Okay. Schön. So. Kriege ich das hier geschafft? Ja, ist doch... Versuchen wir es mal. Äh. Die sind mit irgendwas auch noch geschäftigt. Perfekt. Mate. 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 Macht das Spaß? Und macht das Spaß? Mate. Mate. Ich kann das leider nicht... Ich kann nicht hier dagegen laufen. Mate. Mate. Hallo. Hallo. Ah, hallo. Stamm. Hallo. Naja. Gut. Okay. Hallo. Aha. Okay. Der... Der versucht irgendwie... ...mit der... ...mit dem gemacht. Versucht, ne... ...nen... ...zu... ...zu... ...beschwören, oder was? Hallo. Ah, das sind deren... ...da ja, hauls. Kann das sein? Ähm... ...halt, stopp. Chillit, nicht zu viel... ...dammit machen. Den will ich vielleicht noch... ...den will wir vielleicht noch. Das war einfach nur den... ...dackt hin. Nein, nein, chillit. Versus chillit. Ehe... ...dackt hin... Das ist so ein Flammenwerferwilder, ne? Ah, herrlich. So, das hat sich ja relativ schnell erledigt. Dann befreien wir noch den armen Paal hier. Und befreien wir auch noch die armen Mozzarinas. Ups. Hä? Ach. Äh, 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 ähm. Nice. Okay. Dahinten ist auch noch irgendwas. Was? Zeig ich mit. Okay. Steht da einfach rum. Gingst du rein? Hä? Ich hab wieder. Ich versteh, ich versteh, ich versteh das nicht so 100%ig. Dammit, hab ich jetzt den anderen getroffen hätte, ne? Hallo? Lass dich doch treffen. Und jetzt einfach fangen wir zu. Okay. Hallo? Mit 5% bin ich besser bedient als mit über 60. Eieieieieieiei. Ähm. Okay. Jetzt, jetzt ist es wieder. Jetzt ist es fix. Bist du das auch noch auf? Dö. Dö. Hallo? Hallo? Ah. Naja. Okay. Dann hebe ich es halt auf. Danke. Nur ein bisschen... ...diese Money. Gut. Ich brauch... ...deutlich mehr Munizium. ...deutlich mehr Munizium. Was ist das da eigentlich? So, da bin ich wieder. Ähm. Was? Interact, no... ...was? ...ne, ich kriege gerade irgendwie so ein bisschen fangen, ein bisschen Material raus. Oh, okay. Ja, 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 naja. Egeil. Äh, ich brauch' ich. Oh, ich brauch' ich noch mehr. ... So. Ach, 40 Prozent. Es ist wirklich sehr schön. Nein! Bist du eigentlich gerade? Äh, in dem Gebiet, wo wir die ganze Zeit waren. Und fangen dort mit Papa an. Um auch mal wieder im Level ein bisschen aufzuholen. Hallo? Jetzt kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Wie? Hallo? Ich bin hierjenige, der aufholen muss. Ja, wo bist du denn jetzt? Immer noch in dem Gebiet, wo wir gerade eben die ganze Zeit schon waren. Ne, du bist so level-technisch. Ähm, bei knapp Hälfte für 32. Da bist du höher als ich. Was? Ja. Du hast doch die ganze Zeit mehr, du hast doch die ganze Zeit deutlich mehr gehabt. Wie kann ich jetzt das in so kurzer Zeit aufgeholt haben? Ich habe zwei Fünfte. Ich bin Level 31. Ja. Ich auch. Du hast zwei Fünfte. Ja. Du hast doch eben noch so ein Dings gehabt. Oh, nein, das hat nicht geklappt. Ja. Okay. Tüttel raus. Ah. Ja. Ja. Ich bin weg mit dir. Ey, tschuldigung. Achso. Zehn mal Rupi. Tja, dann holt du dir auch noch ein, zwei Boni-Gerüttel. schön tschüss dann bist du auch wieder direkt auf meinem level war ja das jetzt nicht getroffen eyy vogel was machst du hier hallo der flüchtet von mir die ganze zeit wollen die feiten und jetzt flüchtet der von mir was geht denn jetzt ab ist okay dann flüchte halt der flüchtet der flüchtet der flüchtet das ist wirklich schwitzig sicher nicht mal da ja oh super ah nice jetzt hab ich auch jetzt hab ich auch den band sehr schön okay ich geh dann wieder zurück weg we back to the roots und in dem fall back to the base 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 du 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 ähm ähm die sind wirklich fertig und setzt mal den dann mal wieder an was können wir hier noch machen den sattel ja aber der braucht bisschen viel basern und palio aber da fahren wir ja ein bisschen was das da noch rein das da rein das da rein das da rein für tieren die kam da rein sonst das da rein das da rein das da rein sehr schön hier kann man den anderen zu platzieren ja nur mehr in der nacht arbeiten äh wir haben nur tags äh tagsüber arbeitende palio irgendwie oder sehr sehr viele sagen wir es mal so auch nur oben rein ja äh das türchen zu soo also wir hätten hier oben noch den ähm elfi dran ja den könnten wir ja dann mal probieren der ist level 30 so einzug decken wir echt gut von der karte auf würde ich behaupten naja das heißt gut ne also ist wahrscheinlich immer noch extrem viel zu erkunden aber aber genau da gibt es sehr viel zu erkunden genau der ist am heuchlerhügel aber es ist auch gerade nacht die haben ein ei produziert ein gewöhnliches ei weiß kann man die eier zerlegen und wieder verwerden irgendwie sowas ich frage für einen freund so ich weiß nicht nämlich auch nicht und liegen hier eigentlich in der oh da bin ich wieder überladen liegen da haben wir irgendwie gigasferen in der truhe neben dem kühlschrank gelegen ne ja ich weiß auch nicht ich hatte hier einer rausgeräumt so So, vielleicht nehmen die die ja weg. So, Terrasphären werden gemacht. Ich mach mal eben noch den Digasphären dann. Dann reisen wir noch einmal zum anderen Lager. Übrigens, die tropischen heißen Quellen können schon gemacht werden. Nee. Warum nicht? Ich hab gesagt, das ist Buggy. Irgendwie scharf ich dann. Was meinst du? Kann die nicht platzieren, dann kommt immer direkt... Keine Materialien. Obwohl Materialien angezeigt werden. Achso, ja, das kann sein, dass das vielleicht... Dass vielleicht irgendwas anderes in Auftrag gegeben wurde. Was die Materialien eigentlich verbraucht. Das ist irgendwie... Das ist ein bisschen weird. Ein bisschen sehr weird. Ich zeige es hier peinlich. Einfach mal nochmal probieren. Hier ist auch... Das ist auch ziemlich weird. Das Fließband... Äh, da laufen irgendwie. Das ist... Das ist noch ein bisschen buggy. Was brauchst du denn dafür? Wir brauchen das so... Was soll ich tun? Äh, 100 Steine. Moment, lass ich gerade noch machen. Ja, was hatte ich vorher. Aber das wurde trotzdem gemacht. Na ja, der Zement dauert wirklich ewig. Da musst du Dings einfach... Äh, hier... Äh... Ich frage mich, warum... Warte, ich könnte mal meinen... Ich gehe mal hin. Wir haben noch ein paar... Ah, ist fehl. Mhm. Ich tue jetzt meinem Loop Moon... Einfach ganz viel Arbeitstempo geben. Ganz, ganz viel. Nice. Er hat jetzt 21% Arbeitstempo. Er ist der Spock, würde ich sagen. Ja. Der müsste jetzt echt... Der müsste jetzt echt fest sein. Gibt's nicht noch einen? Der dreier... Hat der irgendwie... Ich weiß nicht, er sagt, da wäre noch einer, der irgendwie dreier splitet? Hätt'n da... Hätt'n da dreier Handwerker... ...schüss. Okay. Terry Lexosaurus. Hm. Nee. Komisch. Warte, dann helfen wir dem mal. Ja. Sehr schön. GIGASPHÄRE. Ähm, warte, hier. Einmal für sie. 15 GIGASPHÄRE. Dann gucken wir mal, wir können noch ein paar Megasphären machen. Aber wir brauchen ganz viel Stein. Wie sieht denn das mit dem Stein gerade aus? Wie sieht denn das mit dem Stein gerade aus? Okay, da wird eigentlich alles exportiert. Ähm. Geh' ich geh' davon aus, du brauchst noch ganz viel Stein. Stein. Ah ja, ja, für die Schutzwände. Ja. Das kommt gut an der Endbreak. Ich brauch einfach ein bisschen Stein. Du, 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 du. Und noch mehr auf den Stein. Hau'n. 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 Ich hab' Angst. Ne. Ich hab' Angst. Ich hab' Angst. Ich hab' Angst. Ach. Noch mehr Stonehau'n. Didi du. Duh. 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 Oh nein. Jetzt wachst's im Berg drin. Und ich shitten? Ach. Hier ist auch noch ein Dinosom. Okay. Einmal Dinosom fangen. Come on. Bleib drin. Duh. Ja, echt. Ah, wisst du, Dinosum? Das ist, glaub ich, aber auch Dinosum, oder? Nicht Dinosum. Naja. Sprechen nicht alle so aus, wie wir da wollen, ne? So schaut's aus. Ich war an der Kante abgeprallt. Ich habe jetzt noch mal ganz viel Stein gemacht. Das heißt, es müsste eine Quelle, eine bessere Quelle baubar sein. Okay. Wir tragen mal das Ganze hier zur Basis. Ich möchte eigentlich hier so ein... Sehr schön. Let's go! Nein, wir abusen keine Bugs. Als ob wir sowas tun würden. Zack.